so guten morgen auch für whatsapp instagram youtube und für tiktok guckt euch diesen wunderschönen ausblick hier an am gesundbrunn das ist so ein flackturm so ein ehemaliger keine ahnung übersichtsturm aus dem krieg oder so und hier kann man eine wunderschöne aussehen ich wünsche allen einen wunderschönen tag ja genießt die sonne ist ein bisschen kalt aber ist trotzdem schönes wetter hier oben sieht er noch ein bisschen den mond und ja mal gucken wie es weitergeht in den usa ist immer noch unentschieden schauen wir mal einen schönen tag an alle